Unheimlich dringend. Nasse Not an Halloween. Wie in jedem Jahr wollen die beiden Freundinnen auch an diesem schaurig schönen Halloweenabend Kürbisköpfe schnitzen. Isabel verspätet sich jedoch, während Annas Blase bereits zum Platzen gefüllt ist. Was soll sie nur tun? Im Kleingarten bricht langsam die Dämmerung herein. Sie fürchtet sich und muss immer nötiger pullern. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de